Musik Ich freue mich jetzt schon so richtig aufs Skifahren. Hoffentlich kann ich es noch. Komm, wir holen zuerst die Skipässe, da ist gerade nicht viel los an der Kasse. Bitte sehr, die Gondel kommt in wenigen Minuten. Okay, danke. Schau mal Mama, fahren wir da mit? Ja, genau. So, kommt, steigt alle ein. Und die Skier und Skistöcke kommen hier außen hin. Ich helfe ihnen dabei. Aber den Bob müssen sie mit reinnehmen, den können wir hier außen nicht so gut befestigen. Okay, alles klar. Jetzt geht es gleich los. Ja, hurra! Wir fahren auf den Berggipfel. Wow! Wow! Das macht nicht ganz schön! Ich sehe Skifahrer und ich sehe einen Gebirgsbach. Bald sind wir oben. Wir sind da. So, jetzt muss ich nur noch schnell die Skier ausladen. Ich fahre mit Lena hier die blaue Piste herunter. Die Rodelbahn ist woanders. Wir treffen uns dann unten wieder. Oh Papa, das ist ja ganz schön steil. Ja, du bist halt schon lange nicht mehr gefahren. Aber das kannst du schon. Okay, los geht's. Ich fahre dir hinterher. Auf dem Weg, Ruhe. Puh, das ging ja gerade voll gut. Ja, geschafft. Ich bin unten. Coole Drehung, Papa. Warten wir gleich nochmal? Ja, aber zuerst schauen wir wo Mama und Anna sind. Auf die Plätze, fertig, los. Ist das schnell. Das war Spaß. Achtung, Kurve. Anna, Mama. Lena, das war cool. Ja, vor allem schnell. Komm, wir fahren nochmal. Was ist denn jetzt los? Warum halten wir an? Ah, das kann schon mal vorkommen. Bestimmt geht es gleich weiter. Oh nein, wir haben ein technisches Problem. Hm, jetzt stehen wir aber schon ganz schön lange. Ja, so langsam wird es komisch. Mama, ich will hier raus. Es sind zwei Erwachsene und zwei Kinder in der Gondel. Bitte beeilen Sie sich. Schaut mal, da kommt jemand. Hilfe! 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 Bewahren Sie Ruhe. Sie werden gleich gerettet. Alles klar. Wie holen die uns denn hier raus? Da kommt ein Helikopter. Was passiert denn jetzt? Ganz ruhig, Lena. Uns wird schon nichts passieren. Bereit zum Abseilen. Mama, ich habe Angst. Das ist zu laut. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nur der Helikopter. Ich mache jetzt die Türe auf. Bitte gehen Sie ganz nach hinten. Ich seile sie jetzt ab. Zuerst die Kinder und dann die Erwachsenen. Wieso muss ich als erstes? Keine Angst. Wir haben darin Erfahrung. Oh Gott, Lena. Lena, wir sind gleich wieder bei dir. Hab keine Angst. Okay, es geht los. Oh je. Oh je. Super. Das hast du ganz gut gemacht. Du kannst dort rüber gehen. Mama. Anna. Lena, zum Glück bist du da. Ach du meine Güte. Papa. Kommt her, ihr zwei. Das habt ihr ganz super gemacht. Vielen Dank. Papa. Es tut mir sehr leid. Es gibt ein technisches Problem. Wir können es nicht so leicht beheben. Zum Glück ist alles gut gegangen. So, jetzt zeigen wir Ihnen noch den sichersten Weg zur Berghütte unten. Es tut mir so schrecklich leid. Wir haben ein großes technisches Problem. Sie bekommen selbstverständlich das Geld für die Skipässe wieder zurück erstattet. Okay, danke. Schaut, die bringen die Skier und den Bob. Also ich habe erstmal genug vom Schlittenfahren. Ja und ich vom Skifahren. Hier ist noch Ihre Ausrüstung. Dankeschön. Was für ein schöner Platz hier. Also ich genieße die Berge jetzt erstmal nur noch vom Liegestuhl aus. Ich empfehle euch dieses Video von uns. Und wenn ihr bei mir klickt, könnt ihr uns abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich empfehle euch das Video von uns. Vielen Dank.